Man kennt es, man ist so sehr von Ark begeistert, dass man sich alle DLCs kauft und letztlich versauern sie eh nur auf der Festplatte, weil man doch nur eine Map spielt. Doch damit ist heute Schluss, ich zeige dir, wie man von Map zu Map reisen kann und so das ganze Potenzial von Ark entfesseln kann und so noch mehr Spaß hat. Eines vorweg, es gibt Unterschiede zwischen Singleplayer und Multiplayer, die sind nicht ganz so groß, allerdings ist das Reisen im Singleplayer deutlich günstiger als im Multiplayer. Denn im Singleplayer könnt ihr einfach auf alle Karten reisen, die ihr auf der Festplatte habt. Im Multiplayer braucht ihr dafür einen Servercluster. Cluster bedeutet einfach, dass mehrere Server miteinander verbunden sind. Das heißt, man braucht also im Multiplayer immer mindestens zwei Server, damit man überhaupt reisen kann. Abgesehen davon ist das Reisen im Singleplayer und Multiplayer sehr, sehr ähnlich. Und wie reise ich nun von Map zu Map? Dafür müsst ihr euren Charakter hochladen. Und wenn ihr länger als eine Minute Ark gespielt habt, dann kennt ihr diese Dinger hier sicherlich. Hier kann man nicht nur Bossfight starten, sondern sein Charakter, Items und auch Dinos hochladen. Aber nicht nur hier, sondern auch an Loot Drops. Das gilt allerdings nur für den Multiplayer. Und fragt mich nicht, warum man das im Singleplayer nicht eingeführt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe googelt, es regen sich die Leute drüber auf. Es gibt auch keinen Sinn, dass das im Multiplayer möglich ist und im Singleplayer eben nicht. Aber wenn ihr im Singleplayer unterwegs seid, dann könnt ihr die Loot Drops nicht nutzen, es sei denn, ihr spielt mit Mods. Auf Extinction könnt ihr euch zusätzlich an diesen Terminals hier hochladen und auf Genesis 1 und 2 jeweils an den Mission Terminals. Um auf Genesis 1 und 2 Mission Terminals zu finden, könnt ihr einfach in euer Inventar gehen. Da ist es ein Punkt, wo die ganzen Missionen aufgeführt werden. Auf Genesis 1 steht da immer noch eine Distanz bei. So könnt ihr also gucken, welcher Mission Terminal der nächste ist. Und auf Genesis 2 werden euch einfach nur die Missionen angezeigt. Und dann wird euch automatisch der nächste Mission Terminal angezeigt. Weil auf Genesis 2 sind die Missionen nicht an die Terminals gebunden. Wichtig auf Genesis 2 ist noch, dass ihr E bzw. die Tasse, die euch angezeigt wird, gedrückt haltet, damit ihr in dieses Kreismenü kommt und dann auf das Inventar zugreifen könnt. Ansonsten kommt ihr nämlich immer ins Missionsmenü und wundert euch, warum ihr jetzt keine Dinge hochladen könnt oder runterladen könnt. Wie lade ich meinen Charakter also hoch? Das ist relativ einfach. Habt ihr das Terminal einmal geöffnet, seht ihr auf der rechten Seite ein weiteres Inventar. Dort steht Tribut, Kreaturen und Arc Data. Tribut interessiert uns an der Stelle jetzt nicht, weil das ist für die Boss Files. Arc Data ist eben für alle Gegenstände, die ihr so haben könnt und Kreaturen logischerweise für die Kreaturen. Um mit Gegenständen zu transferieren, müsst ihr diese anklicken und mit T rüberbringen bzw. mit der Taste, die ihr dafür eben nutzt. Ganz wichtig, schaut auch immer, dass ihr das richtige Menü ausgewählt habt und nicht in Tribut seid, aber eigentlich in Arc Data sein wollt. Weil dann werden die Sachen nicht hochgeladen, sondern einfach nur in den Obelisken gelegt. Und wenn euch das nicht auffällt, bevor ihr mit eurem Charakter wegreist, habt ihr halt die ganzen Sachen nicht dabei. Damit ihr Kreaturen hochladen könnt, müsst ihr auf den Reiter Kreaturen gehen und dann müssen sie sich im Upload-Bereich befinden. Das seht ihr daran, dass sie eben auf der rechten Seite angezeigt werden. Habt ihr die Kreaturen hochgeladen, werden sie nicht mehr unten, sondern unten angezeigt im Inventar und dann wisst ihr, aha, hat geklappt. Natürlich könnt ihr Kreaturen auch einfach als Kryo-Kapsel mitnehmen, dann werden sie eben unter Arc Data hochgeladen. Ganz normal wie ein Item. Wichtig ist noch, dass die Kreaturen und auch ihr, wenn ihr euch selbst hochladet, euer ganzes Inventar droppt. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel den Sattel einfach einzeln hochladen und immer nochmal checken, ob irgendwo noch ein Beutel liegt und dann noch wichtige Sachen drin sind. Für einen Charakter heißt das, dass ihr eure Rüstung auch ablegen und hochladen müsst, eure ganzen Waffen, die ihr eben mitnehmen wollt, ebenso. Denn ladet ihr euch hoch, droppt das alles in den Beutel und ihr habt es nicht dabei. Wenn ihr soweit alles hochgeladen habt und nun auf eine andere Map bzw. auf einen anderen Server reisen wollt, dann ist da im Singleplayer die Schaltfläche Charakter hochladen und wenn ihr auf einem Cluster spielt, steht da zu einem anderen Server reisen. Beide Optionen führen dazu, dass euer Charakter hochgeladen wird. Bei dieser Serveroption kommt ihr dann in ein Servermenü und könnt dann entsprechend den Server auswählen, auf den ihr joinen wollt. Im Singleplayer wird euer Charakter hochgeladen und ihr kommt dann wieder in das Charakter-Erstellungsmenü. Dort drückt ihr einfach Escape, geht wieder ins Hauptmenü und könnt dann die Map auswählen, auf die ihr eben joinen wollt. Wichtig ist jetzt, seid ihr auf der neuen Map angekommen, egal ob Singleplayer oder Multiplayer, erstellt ihr eben keinen neuen Charakter, sondern geht auf die Schaltfläche Charakter herunterladen und da müsste dann euer Charakter erscheinen. Ihr wählt dann einfach einen Spawnpunkt aus, möglichst schon nah am Obelisken selbst dran, denn es bleibt ja noch die Frage zu klären, wie bekomme ich denn jetzt mein Zeug wieder, denn ihr spawnt ja komplett nackt auf der neuen Map. Das ist relativ einfach, ihr müsst einfach wieder zu einem Obelisken gehen, Multiplayer auch zu einem Drop, zu den Terminals oder zu den Mission-Terminals, die eben auf Genesis da sind. Und dort geht das Spiel dann von vorne los, beziehungsweise ihr spielt es einfach rückwärts ab, ihr nehmt eure Sachen raus und könnt euren Dino dann auch wieder herunterladen. Wenn ihr jetzt vorab zwischen den Maps häufiger zu reisen, könnt ihr auch in der Nähe des Obelisken ein Fundament mit einem Bett aufstellen, dann könnt ihr direkt dort in der Nähe spawnen und müsst nicht immer drei Kilometer latschen, bis ihr da seid. Ja, und was hat das Ganze jetzt mit dem wahren Potenzial und noch mehr Spaß an Ark zu tun? Hier ein paar Beispiele von mir. Nehmen wir mal The Island als Beispiel, dass mit Abstand die schlechtesten Spawns die Ark so zu bieten hat. Das heißt, es ist ein unglaublicher Krampf und in meiner Ansicht auch Zeitvergoldung, hier nach Dinos zu suchen, die man für die Zucht, also dann für die Bosse benutzen möchte. Hier bietet es sich also an, auf eine andere Map zu travelen und dort die besseren Spawns auszuchecken, sich dort die Kreaturen zu zähmen, anschließend hochzuladen und dann vielleicht auf The Island auch zu tüchten. So spart ihr euch auf jeden Fall Zeit und Frust. Ja, außerdem kannst du dir mit der Funktion auch Map-Exclusive-Tames holen. Hier sei mal der Griffin von Ragnarok oder auch der Wyvern von Scorch Earth, beziehungsweise auch von Ragnarok genannt, aber auch der Mailing aus Genesis 2, der euch dabei hilft, eure Dinos großzuziehen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ihr ohne Mod spielt, beziehungsweise auf den Konsolen unterwegs seid. Ja, und außerdem bekommst du so auch Zugriff auf Map-Exclusive-Tools und ja, ich weiß, wenn man auf einem Server spielt, kann man das einstellen, dass man die Sachen trotzdem lernen kann. Aber hier sei mal beispielsweise die Netgun von Genesis 2 erwähnt, denn die ist unglaublich OP und macht super viel Spaß. Oder auch die Brotstation, die dir dabei hilft, perfekt die Eier auszubruten und dir sogar Mutation anzeigt und das ganz ohne Mods. Ja, oder du brauchst ganz einfach mal Abwechslung von den Höhlenruns, um Equipment zu farmen. Dann kann ich Genesis 1 und 2 empfehlen, um dort Missionen zu machen, beispielsweise auf Genesis 1 das Manta-Rennen oder auf Genesis 2 das Mailing-Rennen. Je nachdem, auf welcher Stufe du das Ganze schaffst, bekommst du eben Equipment und zum Teil sind da richtig, richtig gute Sachen mit dabei. Und zusätzlich spielst du dir sogar noch Hexagon-Points, die du wiederum in einem Shop einlösen kannst. Dort gibt es beispielsweise Kryopods, die du ohne Level-Beschränkung schon kaufen kannst und ohne diesen ganzen Kram erstmal zu fahren. Das heißt, Genesis 1 und 2 ermöglichen es dir einfach schon super früh und schnell, gezähmte Dinos dann mit Kryopods mitzunehmen. Das heißt, du musst hier nicht irgendwie 10 Kilometer in deine Base laufen oder sowas, sondern kannst sie dir einfach in die Kryopods einstecken, quasi ins Inventar legen und fertig ist. Soviel zum Thema Reisen in Ark. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.